Ich bin Christoph Latzke. Ich bin unter anderem Immobilieninvestor und das seit circa zwölf Jahren. Und dabei habe ich mich hauptsächlich auf den Erwerb von renovierungsbedürftigen Immobilien spezialisiert, die wir dann renoviert haben, dann vermietet oder verkauft. Ich habe als Angestellter Bauingenieur gearbeitet für eine große Firma in Stuttgart. Und ja, es war mein großes Ziel, finanziell unabhängig zu werden. Das heißt, keiner Angestellten-Tätigkeit mehr nachgehen zu müssen. Also vor der Beauftragung von Sarah war die Situation so, dass wir vier leerstehende Zimmer hatten in Untertürkheim. Die haben sich auch nicht alle in einem sehr guten Zustand präsentiert. Und wir waren da so ein bisschen überfordert mit der Neuvermietung. Ja, weil ich nicht vor Ort war und der Geschäftspartner ein paar Probleme hatte. Ja, in der Situation haben wir dann Sarah beauftragt. Also wir haben Sarah mit der Vermietung eines, also mehrerer Zimmer eines Hauses in Stuttgart beauftragt. Und das war in einer Zeit, in der mein Geschäftspartner und ich uns, ja, in der wir keine Zeit oder wenig Energie hatten, uns damit selbst zu beschäftigen. Und ja, das war unser Ziel, dass wir einfach, ja, nicht mehr so viel Zeit für die Vermietung investieren mussten. Dass wir eine Person haben, der wir vertrauen können, die wirklich alles dann selbstständig übernimmt und mit eigenen Initiativen. So dass wir, ja, wirklich das Thema Vermietung dann gehen lassen können und uns da verlassen können, dass jemand gute Mieter findet. Also die Zusammenarbeit mit Sarah hat wirklich dazu geführt, dass mein Geschäftspartner und ich uns wirklich zurücklehnen konnten und da viele, ja, viele, viele Sorgen gehen lassen konnten und uns wirklich mit anderen Dingen beschäftigen konnten als mit der Vermietung der Immobilie. Also wir hatten da vollstes Vertrauen und, ja, das hat uns schon viel Mühe und viel Zeit gespart. Sie hat als erstes sich mal darum gekümmert, dass sich die Zimmer in einem guten Zustand präsentierten, so dass die, ja, nicht nur sauber waren, sondern auch so ein gewisses Homestaging stattgefunden hat, wodurch dann der Interessentenkreis vergrößert wurde und, ja, Sarah hat uns dann nach kurzer Zeit schon ziemlich viele Mietinteressenten vorgestellt, aus denen wir dann die geeignetsten dann auswählen konnten. Also, ja, das war auf jeden Fall ein sehr, ein Ablauf mit sehr viel Eigeninitiative und ein sehr zügiger Ablauf auch. Also wir hatten bisher, wenn wir jemanden beauftragt hatten, so eine Vermietung oder eine Hausverwaltung zu übernehmen oder in irgendeiner Weise zu delegieren, bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht mit, ja, anderen Beauftragten. Da fehlte dann oft die Eigeninitiative und wir mussten dann sehr viel dahinterbleiben und kontrollieren, dass die Sachen wirklich vorwärts gehen. Und das war bei Sarah absolut nicht der Fall. Sie hatten eine sehr große Eigeninitiative, kam mit vielen eigenen Ideen und, ja, wir mussten eigentlich wirklich nicht viel selbst denken bei der Vermietung, sondern sie hat alles so selbst kreativ gelöst und uns Lösungen selbst vorgestellt. Und davon waren wir sehr begeistert. Also mein Geschäftspartner kannte Sarah schon vorher privat und wir haben uns dann irgendwann mal auf einer anderen privaten Veranstaltung kennengelernt und, ja, es war direkt eine große Vertrauensbasis da und das Vertrauen war da und ich habe Sarah direkt als sehr kompetent empfunden. Also Vertrauen in ihre Persönlichkeit und Vertrauen in ihre Kompetenzen und, ja, das war dann sehr leichtens für Sarah zu entscheiden. Ich würde die Zusammenarbeit mit Sarah jedem Immobilieninvestor empfehlen, der etwas vermieten oder verkaufen möchte.